Ja Freunde, heute machen wir mal ganz was anderes. Mein Sohn fragte mich, ob wir nicht mal so ein bisschen ballern wollen. Ich war ja bei der Bundeswehr, aber das ist lange her. Lasertec und so kennt man ja auch schon. Wir sind heute mal in der Adrenalinzone hin. Die Leute haben natürlich alle Erfahrungen und ich werde euch zeigen, wie viel blaue Flecke ich nachher davon trage. Vielleicht kann ich ein paar vernünftige GoPro Bilder. Also seid gespannt, was da kommt. Was? Wann du? Wann ich dir was? Mach mal die Markiere machen. Decker passt du nicht? Nö, top. So dreimal Leihmarkierer. Dreimal Leihmarkierer, ja. Einfach durch. Einfach durch? Okay. Moin, ihr Opfer. Oh, was wollt ihr jetzt? Ich hab doch noch gar nichts gemacht. Klassiker. Klassiker. Schon verletzt. Hier, was machen die denn hier? Warum hat man eine Dreistellung? Ja, normalerweise Einzelschuss, Bürst, also Salve und Dauerfeuer. Einzelschuss? Das ist genau. Also die funktionieren, glaube ich, nicht die anderen beiden. Guck mal, ich kann den jetzt machen. Ich brauche heute richtig, ey. Ja? Also mal. Achso, genau. Und du musst immer nach jedem Magazin wechseln, musst du wirklich den... Ah, okay. Im Boot würde ich quasi den hier runterdrücken. So, jetzt. Ich sehe gar nichts. Ich sehe überhaupt gar nichts. Ich sehe überhaupt gar nichts. Okay. Okay. Wir haben mal eine. In der Tat ohne Brille. Achso, meinst du das? Ja, ja. Ja, dann hol die doch lieber. Kann ich die auch nicht mehr normale Brille bringen? Scheiße, oder? Ja, die kann halt brechen. Das ist das Blöde. Wieso passt die denn nicht drunter? Naja, alles gut. Ich probiere das erstmal. Wir rauchen verboten. Du Schlumpf. Das sieht ja alle aus, ey. Voll geil. Schon wie im Krieg, Gerdo. Da geht es dann quasi wieder auf den Platz, wo wir eben um die gesternieren haben. Genau. Weiß nicht, wie es aussieht, aber ich glaube, so ein bisschen Deckung von Rücken und so weiter ist ja auch. Statt extra, dass man das nicht soll. Hat der ganze auch drauf auf die? Ne, das sind Lager. Das ist ja nur eine Optik. Ich glaube. Was? Sind wir nicht genug? Ne, wir haben nachher noch Kopf. Das ist tatsächlich das Problem. Die sind hinten da abgelegt. Wir müssen noch aufhören, wo wir spielen lassen. Ja. Na gut, weil wir gerade eine Regierung machen wollten und zeigen wollten. Die erste Runde erstmal einfach Team Deppland, so ein bisschen warm werden. Ich würde sagen, ein Team startet dann drüben in der Ecke, das andere dort. Ich hole gleich einmal ein paar Arten mit, damit wir aus allen Roten noch zwei Teams machen können. Genau. Ich würde sagen, teilt euch einmal ein bisschen auf, dass es etwas gerecht wirkt. Okay, das ist hier unten. Komm her. Und des Weiteren würde ich sagen, Gentleman Bang. Das heißt, nicht unbedingt aus 50 cm entfernt jemand einen Raum holen. Und Granaten, bitte keine, die eine Verpuffung verursachen. Und wenn eine Granate in den Raum geschmissen würden, bitte einmal vorher Granaten rufen. Und der Raum ist so weit geklärt, wenn die Person auf die explodierende Granate einen direkten Sichtkontakt hat. Und ansonsten von der Gubel getroffen wird. Ich bin sensibel und alt, ne? Ich will nochmal den Hinweis lassen. Das werden wir gleich sehen. Haha. Genauso. Aber nicht vergessen, wie es geht. Das habe ich nicht gesagt. Hier geht es aber auch hoch, ne? Ja. Da war einer. Da ist einer drin in der Hütte. Der kommt hier gleich rum. Ich gucke auf das Fenster, du da. Ja. Ich bin da. Das ist der. Der ist da. Der habe ich. Der habe ich. Sehr gut. Ich kasse nach hier einfach da auf. Schieß du mal. Der oben ist sauber, oben ist sauber. Er hat schon zwei. Uwe, wo bist du? Ja? Komm ran, Uwe. Wir gehen ja einmal rüber. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt rüber, komm. Weißt du was scheiße ist? Wenn wir getroffen sind, müssen wir einmal durch die Halle. Wir sind sauber. Schau mal. Der kommt dann natürlich gleich wieder raus. Ich bin auch getroffen. Die stehen da alles voll. Ja, ich lasse abhauen. Bist du getroffen? Nein, ich nicht. Aber du musst einmal zurück. Ja, ich muss zurück. Oh, die scheißen Schießerli. Hint. Hint. Oh, die scheißen Schießerli. Hint. 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 Ich war ganz oben. Da war keine Sau. Ich hab von oben alle in den Rücken geballert. Ja, sauber. Total geil. Ich kann die Farben gar nicht erkennen. Da laufen ein paar rum, aber ich weiß nicht, ob die roten oder blauen sind. Das ist der W-Fall. Achso, sorry. Zwei Mann. Ach, sehr geil. Erledigt. Ah, scheiße. Wenn du auf 4K filmst, dann hält die Johanna vielleicht eine halbe Stunde. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Habe ich auch gar keinen Bock mehr beim Arbeiten. Das ist schon so anstrengend. Das macht mal eine Rechnergabe. Blau ist oben. Ah. Da hinten ist das Stellfeuer. Vorsicht, ich bin hinter dir. Soll ich runter? Weiß ich nicht. Willst du rein? Der konnte mich doch gar nicht sehen. Ungarn. Ich versuch's mal. Ah, scheiße. Sau. Genau hinter der Ecke, ich sitze. Komm hier alle grüßend entgegen. Das ist ja so nett von euch. Alle kommen hier grüßend entgegen. Ja gut, man kommt nicht rein, aber die kommen auch nicht raus. Ist da einer? Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ist das rot oder? Das ist hier hinter der Wand. Kannst du eigentlich sitzen. Dann zählt man sich schon. Ja, das machen wir nicht. Klar. Hätte ich im Ernst auch gemacht. Ganz hinten rechts. Ja. Keine Chance. Das bringt nichts eigentlich. Ah, zwei. Links auch noch einer. Ja. Du kommst da nicht mehr raus. Jetzt klippt die Scheiße. Ja, da sind zwei hinten. Ja, Hit. Ja, den habe ich aber. Ja, jetzt können wir, Dominik. Sauber. Hab beide getroffen. Bade getroffen. Auf die Flossen. Ja, da ist einer drin. Oh, da ist einer drin. Entschuldigung. Hier ist der Strom. Was ist der Strom oder blau? Ja, ich bin blau. Das sind der Strom. Hab ich jetzt auch gemerkt, danke. Ausgeräuchert. Alter, was ist das denn? Oh, der war gut, aber nicht getroffen. Der ist hier mit den dicken Kugeln hier vorne. Ich war ja schon am Spawnpunkt eben. Ja, da haben die keine Chance. Das haben wir wohl gewonnen. Wie viel Mut hat der denn? Oh, meine schießt nicht. Ich seh zwar nichts, aber... Ist da noch einer? Ja. Was ist jetzt? Kommen die da raus? Hier, da ist rot, um die Ecke. Da rechts. Da rechts, rot. Ja, rechts ist rot. Die kommen hier um die Ecke. Aua! Hit! Hallo! Ich saß noch. Aua! Hit! Wo soll ich denn noch hin? Hupen! Hupen! Habt ihr rechts im Griff? Ah, Hit! Und jetzt? Guck mal, geil. Er hat die letzte Runde rausgenommen und ich hab mich so drüber geärgert, dass er dachte, er hätte mir weh getan und so. Ach, scheiße! Das hab ich mir nicht abdrücken. Neues Spiel, neues Glück, das wird getauscht. Andere Richtung, das spielen wir seitlich quer rüber. Mein Linger tut schon weh. Aber ich hab mir jetzt trotzdem nur ein Tuschel. Ah, die Sau! Ah, aggressiv! Punkt wieder. Na gut, da ist keiner oberen. Ne, wir haben es zurückerobert. Das ist wieder blau. Ah, die können ja nicht alle leben gegangen sein. Da fahr ich doch. Alter, voll auf die Brille! Ja gut, aber so weißt du, dann hast du keinen Verlust. Genau, ja, ja. Und das ist für's Kalbs oder was? Für's Kalbs! Der hat den Hasen hier nebenbei. Ja, genau. Gewinne, gewinne, gewinne! Was wird so stressig? Hier hinten ist einer hinter. Hinterm Fahrzeug! Hier steht in der Hütte auf jeden Fall. Das ist noch rechts die Tür. Die Dicke war in der Hütte eben. Das ist noch ein Rund. Das ist ein Rund. Das ist der Hütte. Ah, der auch. Das ist der Hütte. Das ist der Hütte. Das ist der Hütte. Jetzt gehen wir jetzt an. Den nimmt sich den noch an. Ein Rund. Ja, er auch. Also ein paar blaue Flecke habe ich auch. Schöne Eimer auch. Schöne Fresse. War hier so auf dem Wanz, die tun auch weh. Da denkst du aber, sie ist fett, ne? Und der auf der Rippe, der war auch gut. 6 Sekunden für rot? Aber nur, weil ich den roten Button einmal gedrückt habe. Ich habe ruhig einmal, weil wir vorhin rot waren. Deswegen war ich noch rot. Ja, danke schön. Das war geil. Wir haben alle ein bisschen durchgeschwitzt. Alle wieder im Zivil. Rube lebt auch noch. Ja, geil. Also auch das erste Mal gemacht. Auf jeden Fall in Horido. Viel Spaß beim Gucken. Ciao.